ist gespeichert hoffe ich ja auch speichern gedrückt aber ist auch nichts passiert ja kann ich nicht irgendwas verkaufen was wir nicht mehr brauchen wir brauchen alles vor allem komponente mitspieler wer hat er nicht laut gesagt ist es klappt ist klappt oder was ist klappe verstehe ich jetzt nicht nein okay das ist nicht schlimm ich auch nicht ex-schuld ist gut ich jetzt nicht ein der schon jemanden die sich jetzt gar nicht darauf erst mal eine bittige tasse aus rein ich konnte so schnell gar nicht schüssen heute ist ein paket angekommen mit einer 1070 drin mach dich nicht unglücklich nee die 1080 nee 1070 ist zu klein 1080 sagt er anschalten sieht's aus dirk du hast es erfasst aus maximus richtig nein leider nicht richtig nicht 800 euro kredit wollte er erst mal nicht aufnehmen sagt doch doch ich hab das schon alles abgeklärt okay alles läuft alles wenn er kriegt dann eine rechnung jetzt kackt meine rechnung ab hier oder was alter was ist gut dann läuft das alter was kriegt werner eine rechnung ich schreibe zurzeit sehr gerne werner rechnungen dann ist das halt eine rechnung mehr die er kriegt okay das jubel ich dann quasi unter damit er was zum absetzen hat sagt er ja genau bleibler da jo 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 so wir speichern nochmal spiel wird gespeichert spiel wird gespeichert spiel wird gespeichert bei dem schneidwerk das da hätte ich gerne mein spiel ist noch da großartig und dann einmal bitte instant nach hause lieferung danke hohohoho tatsächlich etwas ja etwas viel sogar morgen kann so unglaublich viel schief gehen ja ja jürgens da hast du tatsächlich recht hm hat er jetzt nicht gesagt doch doch hat er jörg ja du bist ja so ein fieser mensch hat das ding eine druckluftbremse ja hat er alles hat druckluftbremse schneidwerk auch den mod müsste man auch verbessern musst du jetzt den neuen mod mal hier von von modhoster nehmen hier den handrasenmäher und sagen ja der handrasenmäher hat auch einen druckluftbremse ja hat er hat er druckluftbremse oh der ist ein bisschen der größte traktor hier traktor so sieht's aus so was macht ihr jetzt macht ihr irgendwas sinnvolles oder macht ihr eher ja ich mach das macht feld 50 wieder meistens ich grober in das erst mit grober und ich mach keinen neuen grober ja dann schnappen wir uns in Dreschanski 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 da hätte man auch Direktsaatmaschine drüber ziehen können oder? ja da haben wir keine Mais Dreschanski da haben wir malz ja das hat nicht geht das nicht beim Held dreim 3m drüber stehen wir da könnte man das denn machen nein kann man nicht ja 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 der von euch grandiosen Menschen hat das Förderband umgeworden ja immer die gleichen Patrick mein Gott schmerzen ah dup 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 Läuft bei den Kiddies outside bei wem bei mir achso ich dachte meine waren wieder so laut hier ne ne das war bei mir tatsächlich bei mir jetzt sind deine Mutti wir müssen das mal ausnutzen so die 10 Minuten zwischen Regen und Regen ja bei uns hat uns geschippt ne das ist der Wahnsinn ja richtig alter von der E bei uns hat heute nicht geregnet yeah bei uns auch nicht aber sieht schon wieder ganz danach aus dass es bald anfangen könnte aber wenn Leo sagt es hat bei ihm geregnet dann dauert es bei uns auch nicht lange ja jetzt wir haben auf der Arbeit sind wir in so einer ähm Maschinenhalle ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll ok schön damit es ordentlich scheppert auf dem Lichtdach ja genau das das ist so richtig gut ja Lichtdach? ja 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 und der ist unglaublich hoch ne das ganze halt ordentlich sagst du ja du denkst dir ist Hagel draußen du guckst nach draußen ey du kannst schon mal Regen Karte aus Karte ist aus wir speichern ist an ich glaube wir können tatsächlich jetzt ein bisschen dreschen aber wir können doch nicht dreschen ich hatte mich zu früh gefreut wieso wieso zum Teufel ist das Schneidwerk jetzt aus? wieso? Spiel Spiel wieso? ähm was? Schneidwerk aus wie Schneidwerk ist ausgegangen? einfach so? ja äh wahrscheinlich war der Drescher voll ne das ist das ist das ist nur so Jürins würde jetzt sagen das ist doch nur Raps da kommt die Drescher nicht voll da kommt die Drescher nicht voll hm wir brauchen neue Drescher aber wir haben kein Geld mehr ne da brauchst du auch nicht mehr rückwärts fahren weil durch das rückwärts fahren machst du so viel kaputt da brauchst du nicht mehr rüber dreschen joo da hast du auch recht eigentlich naja lalala lalala ich stink wäre sehr eigenartig läuft bei dem Spiel zerzeit irgendwie richtig gut ey ich glaube ich habe kein GPS an gerade egal ah ne jetzt hast du es wieder ausgemacht scheinbar ne ich brauch das an das kleine Fenster brauche ich auf jeden Fall teilweise geht es ganz ohne aber das ist hier heute ist einfach zu viel chaotische Ereignisse die da aufeinander treffen ganz ruhig ja ich bin ruhig ganz locker kannst ja eh nichts dran ändern nö eben leichte Regenschauer ja ich unterstütze mich ich hole meinen Drescher her noch Alex die andere Seite machst du auch noch hin ja bin noch dabei geduldig dabei ich würde nur fragen du hast doch alles fertig auf der Seite ja ja put den Körners in den Hingerts oh schritte richtig geil Wahnsinn ja ne richtig geil Junge So, immer weiter mit Regen, immer drauf. Wir sehen nur noch die scheiß Mücken, so wie in dem einen Jahr, weißt du? Wo es 10 Milliarden Mücken gab. Echt? War das 1999? Ich glaube. Nein, nein. Aber dann kann ich mich erinnern. Oh ja, aber ich... Nein, 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 nein. Das war 1999, der war geil. Wo sie im Radio schon diesen Mücken-Vertreibe-Tonen ausgestrahlt haben, damit wir beim... So wie das Radio-Leben keine Mücken um dich herum waren. Okay. Das war geil. Und was hat das funktioniert? Das hat funktioniert, ja. Okay. Okay. Ja, es geht. Mittlerweile spielt sich das jetzt etwas ein. Es ist noch etwas, etwas... Programmatisch. Ja. Ein holpriger Start war das. Ein sehr holpriger. Aber mittlerweile geht es. Das ist okay. Ich werde jetzt hier einfach ein bisschen so machen. Und dann werde ich gleich die Bahn gerade ziehen. Und fertig ist die Sache. Okay. Ja, genau. Ich bin da unten mit dem GPS gefahren. Ich weiß. Hast du den Postgear geholt? Ja, hat er schon. Okay. Patrick, wir sehen uns nicht gut. Wir sehen uns nicht gut. Mh, mh. Jings, du kannst deine Kanal anbieten. Hallo. 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 Läuft bei der Maschine. Läuft. Das läuft. Läuft. Jetzt hab ich Musik und muss nur zum Singen. Läuft. 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 Mach dir nix aus. Cleo kennt das auch. Ja, ich kenn das auch. Tatsächlich. Wenigstens ist kein Blue Screen des Todes aber ne. Läuft. Nö, ja. Das fehlt nur noch. Das stimmt heute auch noch. Wäre nix neues. Ja, das ist nix neues. Aber dein Overclocking läuft langsam, sagst du, oder doch? Ja. Ja, das läuft super. Ja, das ist vorbei gerade. 3 FPS. Ja, lass mich die Bahn weiterfahren. Ja. 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 Der hat das, äh, der ist im Chor. Und der hat es gesungen. Kurz bevor er Feierabend gemacht hat, der gute Mensch. Und seitdem hab ich den ganzen Tag einen Ohrbaum gehabt. Sehr cool. Nein. Das ist doch. Doch. Sehr cool. Sehr cool. Sehr cool. Nein, 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 nein. So, falls jemand sich wundert, wieso, hä, der fährt nur mit einem Meter von seinem Schneidwerk da in die Ernte drin. Ich mach das jetzt gerade. Und dann haben wir alles kein Problem mehr. Dann läuft das. Dann machen wir einen Durchstich. Dann wird das richtig gut. Richtig, richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Diese, diese große Amazonenseemaschine aus dem LS13, wie hieß die? Kondor? Kondor? Ja, Kondor, ja. Gibt's die für den 13er? Ah, für den 15er? Ja, gibt's schon. Auch gut? Ja, kompettiert. Ist gut. Sind die auch wieder Quatsch gewesen? Man hat immer weiter Ausstück aufgerüstet, auch bis zum LS13 und dann hab ich mal LS15 wieder kleinere Seemaschine beigekommen. Vielleicht kriegen wir im 17er so eine, weiß ich nicht, 200 Meter Seemaschine oder so. Nein. Wie wir auf der Tungsdorf hatten, so Riesenteile, ne? Boah, ich meine, die gibt's auch etwas größer. Ja, es gibt auch eine John Deere Maschine, die ist doppelt so groß. Die ist mega. Muss ja real sein, ne? Die sind real. So. Ja. 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 Ja.